flüssig flüssige gummibärchen injektion ja dann gehe ich doch lieber zurück okay es ist hier es ist hier es ist hier ganz ruhig hau ab hau ab die weg die weg weg du hast dir nichts zu suchen hau ab der mann 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 er sagt wir sollen immer noch in die richtung aber da komme ich doch gar nicht hin oder ist hier ein heber hier ist noch ein hebel okay den haben wir erstmal wieder weg das ist hier ein katze und maus spiel das gibt es gar nicht so jetzt haben wir den den ersten haben wir den hatte ich bloß übersehen giftige substanzen okay vorsichtig jetzt müssen wir dahin alles klar kein problem machen wir mit links ich höre es über mir ich höre es okay jetzt gehen wir hier naja alles klar der will dass ich runter gehe okay jetzt sind wir wieder ähm da lang okay geh weg geh weg geh weg hier siehst du mich nicht ich bin zwischen den koffern alter ey das ist nicht gut nicht gut nicht gut gut dass er mir anzeigt wo ich lang muss gott gott oh gott gott ähm ach sind die klappen aufgegangen ist aber nicht gut okay da lang ich lasse den tracker nicht aus den augen kannst du annehmen äh wo müssen wir denn hin darüber wa okay vielleicht sollte man den erstmal ausschalten wenn wir können mach weg mach weg komm ausschalten 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 äh kamera deaktivieren so dann haben wir hier kein problem ja was haben wir hier sensor okay alles klar geradeaus durch ist mir gerade zu dunkel hier ah hier nur für den fall der fälle so verteilungsleitung initialisieren das müssen wir jetzt wieder da machen oh gott sieht aber so aus als ob wir gerade mal eine minute ruhe haben habe ich ehrlich gesagt mal nichts dagegen oh da ist noch eine karte doch doch hier ist irgendwas in der nähe äh ist das hier eine pfütze oder was spiegelt das spiegelt ne ist ja cool gemacht okay ähm okay wir müssen sam glücklicherweise nicht okay wir müssen wieder hier rein na was denn du so okay das haben wir und jetzt da lang dann bin ich gut dass wir hier alter hey alles offen hier ne das Vieh kann jederzeit hier rein es ist so mies es ist einfach nur unheimlich mies hier ist aber auch noch was mit Ruhe oder was Inventar ist sowas von voll komm schon okay geradeaus 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 rechts rum da lang ich merke schon es ist schon wieder irgendwo so wohin muss ich denn jetzt jetzt bin ich hier okay ich muss da runter alter die Musik ne die macht mich auch so ein bisschen ey die macht mich irre so da ist ein Terminal was oh man oh diese blöden Androiden ey gerne klippen gerne klippen alter alter so was soll ich machen fehlerhaftes Dateisystem naja der hat Hilfe gebraucht ja tut mir leid was ist ich kicke noch einen Herzinfarkt ey ich schwöre es dir ich schwöre es euch ich kicke noch einen Herzinfarkt so was müssen wir jetzt machen immer noch wir müssen immer noch was anschalten ja ist auch noch was okay da ist nix okay dankeschön danke 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 so okay wir greifen nochmal drauf zu äh Serviceanfrage so okay ich weiß nicht ob es richtig ist okay äh 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 okay der Androide Verteilungsleitung initialisieren vielleicht macht der das jetzt mal gucken was passiert jetzt fährt der das wieder ein ah jetzt macht er das da ja das Vieh ist aber auch hier in der Nähe geh weg geh weg ich weiß nicht ob es richtig ist was ich gemacht habe keine Ahnung okay da verpisst sich das Vieh wieder das ist gut mach dem doch einen Knoten in den Schwanz ich wollte eigentlich nicht auf Tuchfühlung mit Tante Frieda gehen ja Glöckchen oh Glöckchen ja das ist eine gute Idee Tante Frieda mit Glöckchen Frage ist was macht der jetzt da hockt der die ganze Zeit muss ich den umhauen oder was oder muss ich auf der anderen Seite was einschalten ich weiß es nicht wir gucken mal wir gucken mal aha alles klar verstehe wir müssen das hier anschalten während der da bastelt nehmen sie den Frachtaufzug zu Projekt KG 348 okay erstmal weg erstmal orientieren das ist so nervenaufragend das glaubt ihr gar nicht das ist echt ein echt ein schlimmes Spiel es ist geil aber es ist auch schlimm also für mich ist es schlimm das Alien schnurrt ja für mich ist es echt schlimm ich hab ja schon so einige Horror Games gezockt so Resident Evil like und so weiter aber das hier ist echt das geht an die Substanz bitte nicht bitte nicht geh weg geh weg geh weg ich dachte gerade das Vieh greift nach uns alter mal die Fußzähne ja Neonfarben Leuchtfarbe damit ich das besser sehe alter ich muss hier noch irgendwas machen irgendwas ist ja noch von Bedeutung ich weiß aber nicht was ich bin hier ich muss eigentlich nur einmal da rum irgendwas ist hier aber das Vieh ist leider auch hier in der Nähe ist das da Scheißvieh geh weg äh ne das verkehrte äh Ding ist ich muss in die andere Richtung ich muss hier hin so ist das jetzt korrekt ne fast keine Ahnung was er mir damit sagen will dass da unten irgendwas ist aber irgendwas ist da noch oder muss ich den Energiefluss wieder abstellen hab ich ja eigentlich schon gemacht ne okay dann gehen wir ich brauche ein Savepoint dringend dringend ein Savepoint ganz schnell okay okay hier lang da runter besser ist das besser ist das meine Güte meine Güte keine Ahnung warum ich jetzt nochmal anmachen sollte ähm ähm okay 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 ich bin maximum angespannt gerade das ist wirklich übel ist das ein Savepoint ne leider nicht ich muss ja auch noch ich muss ja vor allem noch alle Kisten hier durchsuchen ne das ist ja auch noch das Schlimme wo muss ich denn lang hier durch ne oder oder nee oder doch bin ich durch ah warte mal ich glaube ich weiß ich muss hier was machen stimmt stimmt irgendwas anschalten damit das Ding dann sich bewegt aber ich weiß noch nicht wo irgendwie muss es ja hier weitergehen ich sehe jetzt auch gerade kein Schalter oder so nehmen wir doch einfach den hier nehmen wir doch einfach den ne okay sagt uns hier ah hier ist aber toxisch oder ich sehe nichts ich sehe nichts ach da ist das fies lass mich zufrieden ach alter Falter meine Güte ist das übel okay erlangen sie Zugang zu den Projekten KG 348 Forschungslaboren ich habe ein ganz ungutes Gefühl Forschungslabore Schacht öffnen da habe ich ein ganz mieses Gefühl das ist hier kein Savepoint hier ist ein Savepoint bitte 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 speichern 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 als ob Forscher jemals was ungutes produziert hätten Alien 4 sage ich nur Alien 4 Alien 4 ja mach noch mehr Krach gute Idee ach guck mal wo wir sind ah Original Sound geil das ist geil irgendwie wieder am Anfang ne glaube ich naja sagt immer noch geradeaus sieht nicht gut aus leichtes Gesicht weggeätzt so sagt geradeaus da kommen wir noch nicht rein ah Plasmaschneider ok hat wohl nur kein alter ey er nun wieder so Karte stellen sie den Strom zum Labor wieder her alles klar das ist da hinten mhm das ist ein riesen Komplex hier hat nur wohl kein Make-up drauf gehabt das ist das ist wieder das ist wieder typisch ja der ist gut muss ich mir merken so äh jetzt haben wir hier eine Kiste ok da lang das sieht mir verdammt nach ich dachte schon es wäre hier so ein Alienkomplex oh das sieht nicht gut aus ja ähm ok den hat es zerrissen da ist das jetzt ok das ist jetzt richtig krass hier da meine ich habe jetzt schon so teilweise Schwierigkeiten äh vom Schwierigkeitsgrad manchmal zumindest aber ich möchte mir nicht vorstellen wie das auf Nightmare oder so ist das ist ja dann garantiert ultra brutal ok was da lang ne stimmt also würde mir zumindest Sinn machen hier weiter zu gehen ähm wo sind wir denn wir sind hier stellen sie den Strom es muss da irgendwo sein ok verdammt kein Strom gucken wo wir den Strom jetzt hier herstellen Strom äh da geht's runter möchte ich eigentlich nicht wenn sie es vermeiden lässt Tür ist auch zu da ist ein Terminal den habe ich ja überhaupt nicht gesehen ok in die Richtung ich muss doch nicht in den Schacht rein oder ok ich weiß nicht wo das hier richtig ist du musst mal weg bin vielleicht später wieder da oder beim nächsten Mal danke danke dass du da warst und wenn wir uns nicht mehr sehen äh wie gehabt immer samstags ne lass es dir gut gehen ja ist ja nur dass das Vieh in der Nähe ist ähm da ist noch Zeugs können wir mitnehmen so hier noch gucken ok wir müssen in die Richtung ach hier ist auch noch ein Container oh hier ist ein Safepoint Gott sei Dank oh Himmelhilfe Safen Safen so ok weiter geht es leise 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 da ist noch ein Terminal der reizt mich ja natürlich auf dem müssen wir auch zugreifen da ist es mein Gott Drecksvieh wo ist es Gott ich würde so gern eine Türen verriegeln und Autogeschütze aufstellen und sowas das wäre so schön wo ist es ich kann es nicht ok es ist da da ist es ok jetzt geht es wieder weg da geht es wieder runter also das Vieh ist so mies jetzt kommt es wieder zurück geht es wieder hoch du hast keine Zeit da richtig mal ranzugehen mein Gott Untertitelung des ZDF, 2020